München, München. Wir sind in Bayern München. Er läuft schon? Na, Siki. Wir sind jetzt hier in München angekommen? Freunde, das hier ist der Boden von Thomas Müller offiziell. Das bedeutet, wir gehen jetzt Richtung Marienplatz. Das ist schon der, Sammy. Oh mein Gott! 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 Ich bin der Sohn von Thomas Müller. Nur damit ihr Bescheid wisst, ja? Hey, was machen wir? Hey, was machen wir? Komm! Thomas Müller! Thomas Müller! Thomas Müller! Wooh! 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 Gehen! Das war nicht. Hey, hey! Das warjum. Wasft los? Wasft los? Geht, geht! Ich liebe euch jeden Einzelnen! Ich liebe euch jeden Einzelnen! Bayern München! Bayern! Oh! Warte! 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 Was passiert hier? Ey Chef, soll ich einmal rein trinken? Oh! 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 Warte! Warte! Was passiert hier? Ihr kommen hier aber nicht mehr weg von den beiden! Warte! 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 Die kommen hier nicht mehr weg! Warte! Ich freue mich, ich liebe euch. Das ist nur die Iris Earth, you know. Sanfte gut ist zu verstehen. Aber sie sind aber Arsch! Die tiren, die registrieren! Tag leure endlich! Pass leure! Pass leure, zumal! Der Richter ist schon ziemlich da, es defending die je mehr! Den je! Ey, hey Shit! Er ist am Eis! Okay, in! Oh! Seh die! Lass sie mal, komm! Lass sie mal, komm! Lass meine Wächsten abgüren! F*****chenchen! Wie f***** das überhaupt denn? Oh, warte! Lass mal irgendwas! Lass mal irgendwas machen! Was kann man machen? Bayern! 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 Maha! E-Jad, soll ich jetzt springen oder nicht? Ja! J-J-J-J! J-J-J! 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 J-J J-J! J-J-J-J! J-J-J-J! J-J-J! 4, 4, 3, 2, 1! Er ist weg! Er ist weg! Bestarearı schon! hoch, hoch, hoch! hoch! hoch, hoch, hoch! hoch, hoch, hoch! hoch, hoch! Sch creativelyICAß down!! Obwohl er dieisisen hat und alsillery wird UN ہوتundern die Menschen noch zu liegen Die wollen das Auto kaputt machen. Thomas Müller-Meimi! Ich kann nicht sparen, wenn ich kenne. Ich glaube, sie hat die Polizei geklärt. Ich glaube, sie hat die Polizei geklärt. Komm, ihr seid! Komm, ihr seid! Ich glaube, ihr seid! Komm! Der Mutti muss erst rein! Wir müssen wegrennen! Nein, bleib hier! Wir müssen wegrennen! München! München, ich liebe euch! Langsam, Karl! Wir müssen wegrennen! Lass uns wegrennen! Lass uns wegrennen! Kommt hier nicht raus! Oder was für wegrennen! Hey, hey, hey! Ich soll! Hey, Jungs! Hey, Chat! Ich schwöre auf alles! Ich liebe euch so krass! Die geilste Community! Hey, hey! Meine Presse! Meine Presse! Meine Presse! Meine Presse! Hey, pass auf! Ja, ja, ja! Rückwärts, rückwärts! Langsam, langsam, langsam! Was ist das für eine Community, Junge? Mein Auto ist kaputt! Und ich muss zahlen! Hey, hey, hey! Mein Scheibe geht kaputt! Mein Scheibe geht kaputt! Jawoll! Oh, W! Egal wer du bist, ich liebe dich! Hey, du musst einlenken! Du musst einlenken! Komm, komm, komm! Hey, guck mal! Lamy Jamal! Das ist Lamy Jamal! Lamy Jamal! Ja! Ey, eine Frau! Oha, eine Frau! München, ihr seid geisteskrank! Thomas Müller! Ey, du bist ein CQ-Inte, Mann! Du musst jetzt aufpassen, ey! Du musst aufpassen, ey! Du musst aufpassen, ey! Du musst aufpassen! Oh! Ja! 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 Oh mein Gott! Wie sollen wir hier rauskommen, ja? Ah! Ah! Boah! Ey, der hat die Scheibe angelegt! Ey, kann! Pass auf! Kann, kann, kann! Gib Gas! Gib Gas! Gib Gas! Oh mein Gott! Ey, Polizei kommt! Polizei kommt! Fahr weg! Fahr weg! Fahr weg! Polizei kommt! Wuhu! 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 Feuermunik! Im richtigen Moment, Junge! Feuermunik! Ey, die drehen! Die kommen uns hinterher! Ich schwöre, die kommen uns hinterher! Bleib stehen! Nein, fahr einfach weg! Fahr! Fahr! Die Polizei kommt! Oh mein Gott, fahr! Hau einfach ab! Hau einfach ab! Chat, die Polizei kommt! München, ihr wart geisteskrank! Ey, wie ging das? Ich dachte, da sind fünf Leute oder so! Bruder, what the fuck, Chat, ja? Wir haben wirklich, ungelogen, zwei Tage gesagt, dass wir nach München kommen mit so einer krassen Resonanz! Chat, ihr seid offiziell die geisteskrankste Community, die es gibt! Freunde, wir werden bald auch eine Deutschland-Tour machen, also falls du aus Frankfurt, Leipzig, Hamburg, Berlin, Oberhausen, Dortmund, Düsseldorf, Köln kommst, wir werden in jede Stadt kommen! München, ihr seid crazy! Ich bin morgen auf Basel gespannt, Freunde, wir sind morgen in Basel und Mittwoch noch in Zürich und die Polizei ist hinter uns, wir sind am Arsch! Ich höre, die sind da! Wir sind am Arsch! Wir sagen einfach, wir waren live und da kamen auf einmal viele Leute, ich weiß nicht warum, ich habe 1000 Abonnenten, du hast 1200 Abonnenten! Ja, okay, die können es nicht nachgoogeln! Nein, Bruder! Ey, wo ich in die reingesprungen bin, ne? Bruder, ich schwöre, ich dachte, ich bin auf, äh, bei Travis Scott Konzert, ne? Bruder, die haben an meine Ohren gezogen, an meinen Ohr, ich habe nur noch ein Ohr, glaube ich, ja? Freunde, wir sind morgen in Basel am Marktplatz, auch gegen 19 Uhr sind wir morgen da, vielleicht ein bisschen eher, ein bisschen später, 19 Uhr am Marktplatz, an alle, die aus Basel kommen, tisch geörende! Ey, ich weiß nicht, da war eine Frau gerade, Respekt an die Frau, ich weiß, wer du bist, meld dich bitte! Und dein Mann? Und der Mann, sogar zwei Männer, die haben wirklich krass mitgeholfen, danke an euch, ihr kriegt auf jeden Fall von mir was! Fast so ein Eis oder so! Bruder, man muss das auch belohnen, Bruder, ja? Ey, wisst ihr, was mir aufgefallen ist, Chat? Ich habe meine Schuhe da reingeschmissen! Von wem sind die Gucci's? Keine Ahnung, ich habe die abgezogen von einem, ja? Das ist kein Gucci! Der hat mich angelogen! Bruder, ich habe meine Yeezy's Dings, ja? Ey, der rennt, der rennt! Ey, bleib stehen, komm, bleib stehen, bleib stehen! Der soll reinkommen, ja? Komm, du darfst! Mach Tür auf! Komm! Komm mit rein! Ratsi, komm nach vorne! Komm nach vorne! Nein, komm hier, komm hier! Oh mein Gott, oh mein Gott! Was geht? Was geht? Ist das dein? Das ist mein Freund! Wie heißt du? Ratsi, ich gebe dir 5 Euro, wenn mein Name heißt! Mach Mut! Nein! Jordan! Nein, Thomas! Na! Oh mein Gott! Thomas, zeig deinen Ausweis! Du heißt Thomas? Ja! Oha! Thomas! Perfekt! Bester Mann! Halt kurz an! Dann sprich am besten hier raus, Bruder! Dankeschön! Ich küss dein Herz! Ey, Chad, was glaubt ihr? Jetzt macht Spaß, Leute, krieg ich meinen Finger in die Nase! Was glaubt ihr? Was glaubt ihr? Ah! Oh mein Gott, Chad! Der war bis hier, ja? Ey! Unsere Zuschauer! Zeig mal, Modi! Nein! Oh mein Gott! Genau so, Männer! Genau so! Ja, ja, ja! Ja, genau so, Männer! Ab jetzt immer weiter Gas geben! Scheiße, ja! Die suchen uns, die sehen uns grad gar nicht! Find mal die Zuschauer! Mal gucken, ob die uns erkennen, ja? Hier rein! Ey, bitte werd grün, bitte werd grün! Nein! What the fuck? Ah! 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 Ich schwöre, ganz mitschig wird das ganz... Ey! Ey! Da sind noch mehr! Da sind noch mehr! Ey, warum sind die alle so schnell, ja? Ich hab ne geile Idee! Wir gehen in jede Stadt Deutschland und in jeder Stadt treffen wir eine Person. Streamer, Rapper, Fußballer, wie auch immer und machen was mit den Zuschauern. Das ist ein Deal! Aber, wir machen immer eine Woche, dann wieder eine Woche Pause, wieder... Ah, halt die Fris hier, ich hab mich schon aufgelöst! Ja, ich hab mich schon mal... Ich hab dich da auch mal eine Woche... Vielen Dank.